Andrea Kiewel hat gut lachen. Ganz im Gegensatz zu Stefan Mross. Mit tosendem Applaus und Tränen der Rührung begann der diesjährige ZDF-Förnsegarten für Andrea Kiewel, 58, besonders emotional. Für sie war es mehr als nur der Start in eine neue Staffel, es war ein überwältigender Liebesbeweis ihrer treuen Fans. Ein Moment, auf den immer wieder Sonntags-Moderator Stefan Mross, 48, noch lange warten muss. Kiewel zeigt ihm, wo es lang geht. Andrea Kiewel und Stefan Mross, sie sind seit Jahren Konkurrenten. Seit Jahren liefern sich Andrea Kiewel und Stefan Mross, 48, ein erbittertes Duell um die beste Sendung am Sonntagvormittag, Kopf an Kopf. Zuletzt kämpfte er jedoch mit Negativschlagzeilen wie Ehe aus und Suchtverwürfen. In diesem Jahr scheint die Blondine die Nase vorn zu haben. Während die treuen Fans von immer wieder Sonntags noch eine Weile in die Röhre schauen müssen, da der Sendestart auf den 16. Juni verschoben wurde, fiebern die Anhänger von Andrea Kiewel bereits jeden Sonntag mit. Bis zum Start von Mross hat Kiewel längst alle Zuschauer um den Finger gewickelt. Hat sie den Moderator quasi absolviert? Oder betreibt die ARD einen Abschied auf Raten und will den Mross gar nicht mehr?